So, Hallöchen Leute und Herzen Willkommen zurück zu Let's Play Tales from the Borderlands. Jetzt sind wir in der Sicht von Piona, hieß sie so? Ich glaube schon. Auf jeden Fall nehme ich dieses Spiel gerade einfach am Stück auf, also ich werde jetzt Episode 1 glaube ich am Stück aufnehmen, denn es ist einfach geil. Bzw. jetzt könnte ich theoretisch auch aufhören, weil er ja ein Speierpunkt war, aber ich habe gerade einen neuen Part angefangen. Das klingt nachher. Was kann ich sagen? A lot of diese Geschichte starten aus der gleichen Weise. Piona, relax. Es ist nichts zu bemerkern. Da. Das sieht gut aus. Ach, ich hätte jetzt gut rücken können. Ich bin sicher nicht zu lassen, dass jemand es bemerkert hat. Es gibt nur ein paar Spiele, die zu beschäftigen, aber es ist besser nicht zu riskieren, also haben sie ihre Hande zu sich selbst. Das sieht gut aus, Felix. Es ist das beste, was ich kann in der Zeit gegeben machen. Nass. Hey, du bist ein Pro. Das ist das, was du machst. Du bist so, sie hat sich in den Marken gebracht, aber du bist derjenige, der die Verlust wird, und ich spiele, welcher Rolle du brauchst, um den Job zu machen. Wenn sie dich als ein kleiner Psycho introduceert, dann schreitst du dich und schreitst über Pup-Traines. Okay? Die erste Introduktion ist, wer du bist. Du zwei musst zusammen arbeiten. Ich bin sehr sicher, dass ich das in meinem Leben tun kann. Das ist, was ich will, zu hören. Showtime. What's that for? It's only for emergencies. One bullet. That's right. You'll always be able to talk your way out of more situations than you can shoot your way out of. Wet paint. No touch. Emergency only. I got it. Nice. So. Was kann ich denn mit Q machen? Achso, einfach nur mein Bankkontenture und Inventory. Okay. Was meet your little sister? Hab ich das gerade richtig gelesen? Ähm. Ja. Ich mach hier lang, oder? Du, du, du. Wir haben Koffer. Wir haben Koffer. Ah? Ah? Was ist das? Ist das von mir? Dann nehm ich das natürlich runter. Weg mit dem Scheiß. Haltet das GV auf. Evangelischer Verein. Weg mit dir. Wer den verstanden hat. Auf jeden Fall. Ui. Weitermachen. Oh ne, warte. Ich quatsch den mal an. Ah, alright. Enough with this stabbing. Piss off. Was haben wir denn da Schönes? Ich geb ihm mal das Geld zurück, ne? Ich hab's nicht nötig. Vielleicht. Kommen wir später mal zugute. Man weiß es ja nicht. Ach ja. Was haben wir denn hier? Okay. Geil. Geh ich gleich rein. Einen Moment. Nein, ich wollte mich noch weiter umschauen. Okay. So kann man natürlich auch die Wege blockieren, dass man da nicht weitergehen kann. Und der andere Weg wird natürlich durch die Kamera blockiert. Na klaro. Ich will mit ihm sprechen. Nee, ich würde ihn anschauen. So. Jetzt will ich mit ihm sprechen. Sorry. No one's getting in here today, pretty lady. VIP's on me. Ähm. Könntest du bitte zur Seite gehen? Get out of my way. No. No. Look at me. And look at you. You ain't just pushing your way past me. No man. That ain't gonna happen. Oh. Wait a second. That's you there. Your face is on that paper with that ratin on it. What's that about, huh? What's in words say? And don't you lie. And go take it advantage of me. Das ist doch nur die VIP-Liste. Das ist doch nur die VIP-Liste. Und ich bin auf. They probably put a picture to make it easier on you. That's a short list. I'm that important. I don't know. Out of the way, Tector. She's the VIP we've been waiting for. Ich sag doch, die hat dann später diese... den Ward-Key ausgetauscht. 100 Pro. Das kann ich jetzt schon prophezeien. Ich glaub, ich sollte sie lieber äh Whisper nennen. Ich glaub, der Name passt besser zu Sascha. Ich glaub, wie auch immer die jetzt hieß. Oh, dieses Lied. Oh, der Soundtrack ist auch so geil. Oh, man. Dieses Lied, das ist so geil. So stelle ich mir ein Bar-Lied vor. August ist mit jemandem, also wir haben eine Sekunde. Er hat ein paar... ...trust-Achüte. Er ständig fragt über dich, also ich werde dir alles, was ich ihm ihm gesagt habe. Es ist viel. Great. Also, hier ist ein Setup. Du bist Lydia Strauss. Wir sind alte Freunde. Du bist ein Archeologer, der verbruchte die Vault-Key aus einem DIG-Site auf Eden 6. Aber du bist eigentlich von Eden 5. Du hast mich geholfen, und wir haben bei Pyropeats, gerade nach dem Mercenaries Day, um zu sprechen, über die Deal. Dann habe ich dich mit August. Du hast die Schlüssel. August und ich machen die Deal. Dann haben wir die Geld drei Worte. Der Rest, du musst einfach improvisieren. Du hast das alles? Ich habe gesagt, es ist viel, ich weiß. Aber du hast einfach immer Fragen. Uh, nein. Du musst dich aufhörtern, Sascha. Du bist ein mile ein Minute. Du hast mich, Fiona. Okay, du bist... Tommy, komm mal. Wie weit sind wir zurück? Ich mache deine Familie einen wirklich langen Zeit, August. Das ist richtig. Das ist, warum das alles alles ist. Das ist, warum das alles ist. Das ist, warum das alles alles ist. Dieses Bild. Okay, wir machen das, August. Hey, buddy. Dr. Vielleicht sieht man, das ist ja gleich normal. Make sure, Tommy geht zurück. Danke. Alter, dieser Typ. Alter, dieser Typ. Du bist... Es ist Lydia, richtig? Strauss? Sascha hat mir gesagt, dass du viel über dich hast. Sie hat mir gesagt, dass du dich vertraut hast. Das ist mir, Lydia Strauss. Entschuldigung über die Verlust. Ich hoffe, dass ich dich nicht erwartet. Ja. Irgendwie in der Version der Geschichte ist ein viel größeres Arschloch. Das kleine Böge hat eine Mali-Wand-Schild auf. Schockt mich richtig gut. Sorry about the mess, Boss. Won't happen again. Oh, okay. Da hinten ist es wieder, das Bild. Dort. Äh. Erst mal ein Drink. Ja, da ist es. Dieses Bild da hinten hinten. August Approves. So, how long have you been an Archeologist? Fascinating work. Getting out there in the dirt and uncovering priceless artifacts. Long enough to find a vault key. Well, that seems like the perfect amount of time. That's interesting. Where'd you say you found this again? Refresh my memory. Sasha mentioned it was one of the Edens. Which one was it exactly? I found it on Eden 6 at a dig site there. Right. Eden 6. Marcus is always talking about that place. Says it's really nice. It's nice when you find a vault key there. Also ist der vault key von Anfang angefegt? Thanks, sir. Alright. Let's have a look. Of course. Whoa. It's pretty. Wow. It's beautiful. Sorry. I haven't touched anything this expensive before. So eigentlich hätte ich gedacht, das wird jetzt so eine krasse Austauschsache, dass die ein Original haben und das austauschen. Aber okay. Are you buying this vault key or what? Because I... Hey wait, do you have me on speaker? Seriously? Moment, das ist das Telefongespräch vom Anfang, wa? What I know is I've got to move this thing right now. I know what obstinate means. These Siberian guys get uncomfortable around people that sound too competent. Expect the nervous small time Pandoran fuck, so I give them what they want. No, man. This thing is hot. I got an office, so if you want it, you gotta get down here. Nah, we'll be there soon. That ain't good enough, buddy boy. I ain't that guy. I'm trying to do you a solid here. How well do you know this Vasquez guy? We've met a few times. He's a bit of a prick, but most Hyperion guys are. I've noticed that. Look, let me make it crystal clear. I want ten million dollars. That's right. We'll be waiting for you. Yeah? You say hi to your... He hung up. All right. Sasha will hold the key, since it's clear you don't trust me alone with it. And seeing as I just had a guy killed in front of you. I'm not even offended. Bring your gun, baby. Got it. So, that's it? She'll let you know, when it's done. Where to get your money. Let's go. Okay. We'll follow in the caravan. Okay. Akzeptiert. We're in position. Let us know, when they arrive. Hey, August, you... You got a little something on your face. Come here, let me get that for you. Oh. Thanks, man. I can't believe you let him touch the key. No touch. That's what you said. What was I supposed to do? You were supposed to stop him. The look on your face when he smeared it on his cheek. That's not funny. I found it. It's still is, actually. Because he's definitely not dead. All right. The place itself. What happened? You get stuck in traffic? Oh, well, excuse me. I don't know if you heard the explosions outside, but, you know, we had to mow down about a couple hundred bandits just so we could ring the goddamn doorbell. Just in time for the spring collection. Yeah, well, that's Pandora for you. If it ain't a friggin' bug stampede, some jerk-off is using you for rocket practice. All right, well, I'll just leave you to your business things, then. I'm August. But I figure you know that already. Is, uh... Is Vazquez coming? There are two guys here, but neither of them are Vazquez. He may have sent some lackeys. Didn't want to get his hands dirty. Oh, damn it. One of them has an echo eye implant. If he scans the key, he'll know it's a fake. They're still talking, but there's no way they're not going to scan it, unless they're complete morons. Felix, we need to disable it. Yes, okay, yes. Good thinking. There's a small EMP device in the chest over there. Grab it for me while I assemble a detonator. Ah, what? Äh, was niemals denn tolles. Was wollten wir? Was hat er gesagt, was ich brauche? Detonator, äh... Georgie, äh... Äh, was? Ja, gut. Ähm, was haben wir hier unten? Ja, äh, gut. Woher soll ich denn das wissen? Ich frage mich, wie lange eine Episode dauert. Ich frage mich, wie lange eine Säge. Sascha, auf meinem Signal, Sie müssen die Kase über den Fenster hinter dir kommen. Wie in der Hölle mache ich das? Ich weiß nicht. Ich weiß, es herausfügt. Es ist ein Ventilationsshaft in der drüge, der dir access wird. Als du in, ich spreche dich durch. So, bleib in den Schatten. Die Wälder sind paper-thin. Nicht sehen, nicht hört. Geh, schnell! Oh, wen haben wir denn da? Ein Handsome Guy! Nein, das war jetzt eigentlich nicht, was ich wollte... Ich wollte das Plakat dann schon... Er grinst! Das ist so stumpf. Ja, Moxie ist auch da. Okay. Jetzt kann man doch 100 pro irgendwie ziehen. Schieben. Achso. Muss sogar selbst machen. Immer so viel Arbeit. Nein. Der Sound geht weiter. Ich dachte, ich muss noch wieder ein Stück zurückziehen. Aber der Sound geht einmal weiter. Egal, was ich tue. Oh. Alter. Es macht einfach so viel Spaß, sie zu schlagen. Gut, dass er sich wenigstens darüber bewusst ist, dass mit ihm einige Sachen falsch sind. Und da würde ich auch sagen, wird es wieder Zeit, diese Folge von Let's Play Tales from the Borderlands zu beenden. Beenden! Ja. Gut. Dann würde ich sagen, ich bin Ciano257. Und... Ciao! Krass! Wie.